Guten Morgen, ich möchte es mal festhalten. Wir haben wie viel Uhr? Halb zwölf? Äh, ja. Und Lena liegt im Bett. Na gut, ich lag bis eben auch noch, also. Aber wir sind ja seit halb neun wach. Mhm, halb neun? Neun? Neun. Irgendwas, okay. Meine Haare sind auf jeden Fall sehr geil gerade. Ich muss sie noch ein bisschen kämmen. Ähm, schön, oder? Oh ja. Ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen fertig machen, so wie ich aussehe. Und das machen wir jetzt. Und irgendwann fahren wir dann auf die Messe. Und dann melden wir uns doch mal wieder. Bis später. Tschüss. So, ich bin jetzt quasi showfertig, auch wenn die erst heute Abend ist. Aber ich habe keine Lust, das heute Abend nochmal zu machen. Von daher bin ich jetzt schon fertig. Ähm, und ich zeige euch jetzt mal kurz unser Zimmer. Huch. Sorry. Also, hier können wir rein. Wir haben da noch so einen kleinen Ausblick. Der ist aber nur auf die Straße. Hier sind noch so ein paar Parkplätze vor unserem Fenster. Das ist unser cooles Bett. Also, da haben wir mega gut drin geschlafen. Wir wollten eigentlich auch gar nicht mehr raus. Ja, und hier liegen meine Sachen. Mein Koffer, Haarspray und so ein Kram. Und, ähm, ja. Wir fahren jetzt zur Messe. Die Pferde wurden natürlich heute Morgen schon gefüttert und getränkt. Und dann müssen wir gleich mal über die Boxen gehen und misten. Und Mittagessen. Eigentlich müssten wir erst mal früh schicken. Aber, ja. Und dann sage ich mal bis nachher. So, spotted. Da hinten sind Ursel, Katharina und Kathi. Jetzt winken. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Weiter geht's. Hallo. Hallo. Habt ihr auch gut geschlafen? Mal Kaffee. Erzähl es, die Kamera läuft. Nein. Auf keinen Fall. Die Ursel war die allergeilste. Ich wusste es ja eigentlich. Vor zwei Wochen, ne? So, haben wir uns über den Ersatzsprung unterhalten und wie wir die Füße dann machen. Und dann sage ich ja, wir müssen die halt kurz machen, ne? Also, falls es halt einer ist, einen langen kann man, also einen kurzen kann man ja auch als langen nehmen. Und die Ursel so, hey, ich verstehe eh nicht, warum wir immer kurze und lange haben. Und ich so, Ursel, weil die kurzen stehen doch an der Mitte, damit wir über die Mitte und sowas springen können, damit wir keine Füße im Weg haben. Das macht Sinn. Das macht richtig Sinn. Ey, ich hab dich kaputt gelacht. Ich weiß es eigentlich nicht, aber in dem Moment nicht so. Hätte ich auch gesagt. Ja, ja. Ich weiß es nicht. So, wir sind im Stall angekommen. Da steht der Justy. Wir haben jetzt heute ein bisschen umgestellt. Da steht der Tiramisu. Hallo, Moinchen. Hallo. Da ist übrigens auch Welsch mit drin im Tiramisu. So. Wir haben hier den Vegas. Hallo. Moinchen. Nette mit Chris. Hallo Selina. Da ist der Soli. Hallo Soli. Alles klar? Hast du gut gegessen? Hast du gut gegessen? Mausi. Ja. Wurde gut bespaßt, ne? Zeig mal die Zunge. Was ist mit der Zunge? Das ist auch okay. Zeig dir mal die Zunge. Ja, fein. Gut. So, und hier haben wir noch Navarino. Kathi. Ich hab's dir jetzt erstmal gelassen. Ich hab's dir jetzt erstmal gelassen. Wir machen das uns gleich noch. Das gehört nicht zu uns. Und da ist der Dreamer. Stalking. Nein, das darf ich machen. Hallo. 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 Hi. Vorsicht. Voll dich zu sehen, Anja. Voll nett. Wie ist es so? 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 Oh mein Gott. Wie ist es so? Möchtest du ein Foto haben? Ja, möchtest du ja. Wie ist es so? Nein, ich hab mir eine Strähne. Dann mag die Strähne weg. Sorry. Wieso? Gelt ihr? Ja. Extrems gut. Extrems gut. Wunderschön. Okay, das posten wir. Danke euch fürs Filmen. Dankeschön fürs Filmen. Wer seid ihr denn, wie heißt ihr? Stefanie und Wiebke. Stefanie und Wiebke. Und Anita. Bitte nicht so nah verdammt! Und ihre Foto ist das nicht so nah, Ja, das sieht nur so aus. Voll nett, oder? Einmal über den Stand. Hallo? Ja, am besten. Also hier haben wir den Fotobereich. Voll nett, oder? Und hier, damit ich nicht vom Fleisch falle, habe ich hier auch Süßigkeiten. Magst du welche? Ja, eins. Vollmilchbrocken heißen. Gibt's du uns in Österreich nämlich gar nicht? Doch, bei uns, ja. Man sieht. Was ich auch sehr süß finde, ist, dass alles immer so in seiner einen Farbe ist. Und hier bekommst du keine Tasse mit Foto und allem drum und dran. Also hier ist so der Fotobereich. Und wir haben jetzt gerade eben den Stand eröffnet, deswegen ist ja Gott sei Dank noch nichts los. Aber ich glaube, es wird dann gleich losgehen und dann ist es mega voll. Ich nehme mir gerade mein Taschen mit. Sehr, sehr cool geworden. Danke, Anja, es ist voll nett. Ich bin doch gerade ein bisschen überwältigt, weil der Stand einfach doch ein bisschen groß ist. So, ich habe jetzt mal den Soli geschnappt und wir gehen eine Runde spazieren, damit er nicht den ganzen Tag dann in der Messebox stehen muss, wenn wir erst heute Abend dran sind. Und ich glaube, das findet er auch ganz gut. Also ich finde es immer wichtig, dass das Pferd sich von beiden Seiten führen lässt. Ich bin jetzt gerade an der rechten Seite von Solido, weil ich nämlich lieber hier auf der Seite der Straße laufe, dass wenn er sich erschreckt, dass er halt nicht auf die Straße springt, sondern an der anderen Seite läuft. So, jetzt putze ich ihn mal ein bisschen, damit auch wieder etwas Fell runter geht. Und danach werde ich noch die Box misten. Das sind so ein paar Haufen, die hole ich raus, damit er wieder sauber steht. Ja, und danach gehe ich Mittagessen. So, jetzt wird gemistet. Ich habe sehr unvorbildlich den Solido gerade an der Tür festgebunden, aber sobald ich jetzt die Karre drin habe, werde ich die Türe schließen. Und dann schwenkt die Tür auch nicht mehr, wenn er da dran hängt. Ich möchte nur nochmal betonen, dass dieses Pferd der absolute Schatz ist. Also, das ist der Wahnsinn. Der ist in der Box lieb, der ist lieb, wenn man ihn irgendwo anbindet, der ist lieb, wenn man mit ihm spazieren geht, wenn man abreitet, wenn man in der Show ist. Das ist der Wahnsinn. Also, ich kann das gar nicht beschreiben, wie lieb ich dieses Pferd habe. Ne, Schatz? Hast du zugehört? Hast du zugehört, Maus? Kriegst gleich noch ein bisschen. Lecker, ne? So. Die Box ist sauber. Pony darf reingehen. Jetzt mal gerade ab hier. Ich krieg das mit einer Hand hin. Kannst du reingehen? Komm. Das ist so ein Herzchen. Und? Ist es zu deiner Zufriedenheit? Er guckt erstmal, ob die Grace noch da ist auf der anderen Seite. So süß. Ich hole dir jetzt mal Mittagessen, Wäuschen. Ich bin jetzt am Stand von Anita und habe auch direkt ein paar Leute getroffen. Hallo. Hallo. Freitag ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen leerer. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Zeit mitzureden. Hallo. Ist ja ganz schön. Wo gehst du jetzt hin? Oder hast du schon was getrunken? Ich trinke so schnell was. Tschüss. Tschüss. Ich bin jetzt bei Germany's Next Topmodel. So, okay. Der geht jetzt. Der Anita. Voll peinlich. Okay. Und los. Los geht's. Hi. Danke voll nett. Oh der Paparazzi da am Schluss. Du bist auch sehr leicht zu erheitern, oder? Okay. Mit allem. Da ist Anita drauf. Schon fertig? Okay. Nummer eins. Alles drin. Ja klar. Wollt ihr das machen? Hier, ne? Glaub ich. Anita der Cameraman. Kamerakind Anita. Hi. Machen wir auch mal mit? Ja. Ich kenn mich aus. Heee. All versorgt. Jetzt wollte ich den Hulk Lisa filmen, jetzt kommst du. Lisa kommt gleich nochmal mit euch. Ah, okay. Ja du. So, wir werden jetzt Sprünge schrubben. Die Kathi ist schon richtig on fire mit ihrem Handtuch. On fire im wahrsten Sinne des Wortes. Weil die sind nämlich von der Generalprobe jetzt ein bisschen dreckig. Ich hab das Eimerchen. Möchtest du mir den Swiffer zu geben? Zack. Genau. Möchtest du den Swiffer haben? Mach Werbung. Yeah. Keine Ahnung. Sieht super aus. Hier. Du kannst ihn haben. Und dann fange ich an zu schrubben. Wow. Super. Als hättest du nie was anderes gemacht. Ja. Ich glaub das ist mir von meiner Meinung. Auf jeden Fall. Und los geht's. So, wir sehen jetzt hier wie Lisa sich anzieht. Hey du glitzerst ja. Du glitzerst ja im Gesicht. Ja klar. Ich sage das nicht. Ihr alle oder was? Ja. Willst du noch was sagen? Nein. Hier wird noch geflochten. Didi ist unser Friseur auf jeden Fall. Ist das heute? Ja. Das sieht richtig gut aus hier. Alles schön eingeflochten. Von den Seiten. Das ist noch geheim. Aber wenn das Video rauskommt, wisst ihr wahrscheinlich schon was wir machen. Also das Lametta ist schon ein Blickfang, muss ich sagen. Das Lametta ist geil. Mega, ne? Kannst du das bitte mal wie ein Schal so umlegen. Ja. Und jetzt bitte noch deine Klamotten ausziehen. Eine Vegas. Wir machen gerade die Pferde fertig. So, die glitzert schon. Das ist halt für die Pferde einfach, glaube ich, ein bisschen blöd. Wir sollten das wirklich draußen machen. Dann nehmen wir die Soli und das müssen die Regenschuhe gelegt werden. Das ist rot. Wir müssen was draußen machen. Ja, weil ich rieche jetzt ganz krass gerade. Ich rieche jetzt ganz krass gerade. Die Kati mit dem Dreamer. Hallo. Die Ose mit dem Justy. Die Nette mit der Grace. Hanna und Begas. Die Anja und der Solido. So. Hallo Lisa. Ja. Auf dem Tigger. Steffi. Lavarino. Die Diggi. Jacki. Elvin und Lena. Ja. Sehr gut. Okay, jetzt nimmt der auf. Ja. Und gleich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Der ist wieder ganz lieb nach der Show. Ganz ruhig. Er mischt das Heu mit dem Kraftfutter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017